Norddeutscher Rundfunk 2021 Wir sind gerade bei der AMS 35-Jahr-Feier und haben hier eine super coole Stationenarbeit und haben am Ende hoffentlich eine coole Kettenreaktion. Jeder muss ein Teil dieser Kette bauen und das reagiert mit dem nächsten und dem nächsten und dem nächsten. Bisher ein geiles Event. Wir haben jetzt gerade eine ganz knifflige Aufgabe vor uns. Wir müssen einen Mechanismus herstellen, der diese Kette dementsprechend auslöst, die es mit Stacheln versehen unsere Luftballons kaputt machen. Jetzt sind wir ein bisschen am Knüffeln, wie wir das auf die Reihe gehen. Drei, zwei, eins, go! Ja! 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 Ich freue mich riesig, dass wir jetzt wieder einmal ein Firmenjubiläum feiern können. 35 Jahre ist einfach mega, mit 170 Kolleginnen und Kollegen zusammenzukommen und dann zu sehen, wie auch so eine spontane Aktion wie das Kettenreaktionsspiel zeigt, dass absoluter Teamgeist existiert, dass wir in so kurzer Zeit viele Teams zusammengebracht haben, die miteinander agieren und die Gespräche, die wir jetzt zusammenführen. Ich bin einfach nur begeistert. Das ist ein riesiger Abend. Ich bin einfach nur begeistert. Bis zum nächsten Mal.